Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um alle möglichen Belohnungen, die wir aus dem neuen Event uns erspielen können. Und zwar haben wir das Event 10. Jubiläum von Hearthstones. Und dieses geht vom Montag, den 11. März 2024 um 10 Uhr bis zum Montag, den 18. März 2024 ebenfalls um 10 Uhr. Heißt, wir haben genau eine Woche Zeit, um das ganze Zeug uns zu holen. Dort gibt es doch ein paar Belohnungen, ein kleines lustiges Event. Und ich konnte mittlerweile schon am ersten Tag alles soweit ergattern. Habe mir das jetzt hier auch im All of Things mal ein bisschen rausgezogen, dass ich es euch ein bisschen besser zeigen kann. Als allererstes, ja, was gibt es da alles? Es gibt sowohl Mounds, Toys, Pets, Achievements, T-Mock und auch 1-2-Quests, die ihr sammeln könnt. Also wenn euch sowas interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Gut, wo geht das Ganze los? Was müsst ihr am besten machen? Als allererstes braucht ihr eine Quest. Diese Quest bekommt ihr aus eurem Postkasten. Und zwar einfach, sobald das Event gestartet hat, euren Postkasten aufsuchen und einmal die Einladung rausholen. Hearthstone Einladung schimpft die. Die holt ihr raus, klickt sie an, kriegt eine Quest und dann geht's los hier oben hin. Und zwar ist es etwa auf den Koordinaten 62, 66 in Waldracken. Und dort oben haben wir dann dementsprechend eine Plattform. Und ihr seht, da ist sowas eingezäuntes. Und da müssen wir mit unserer Einladung hin. Also unten vom Postkasten das Ding holen, hier hochfliegen, bei dem Typen abgeben und dann kriegt ihr einen Packen. Und in diesem Packen, wenn ihr den aufmacht, sind acht Hearthstone-Karten drin. Diese Hearthstone-Karten brauchen wir für zwei Achievements. Es gibt nämlich ein Achievement, wo wir zehn Karten holen müssen. Und ein weiteres Achievement, wo wir insgesamt 21 Karten holen müssen. Quasi die ersten acht Karten gibt's für free, die nächsten müsst ihr euch farmen. Danach bekommt ihr eine Folge-Quest. Und mit dieser Folge-Quest ist es so, dass ihr, ich glaub, fünf Karten spielen müsst. An so Tischen, die hier normalerweise rumstehen. Ich weiß jetzt gerade, warum die jetzt nicht gerade da sind. Aber hier sind normalerweise so Tische. Und da könnt ihr dann Hearthstones spielen gegen andere Personen. Und ja, die Quest könnt ihr machen. Gibt auch keine großartige Belohnung für die Quest. Gibt's halt fünf Gold. Könnt ihr halt ein bisschen Schatz-for-Fundes machen. Genau. Danach holt ihr eigentlich fast alle weiteren Belohnungen bei einem Boss. Und zwar ist es so, dass zu jeder Stunde, also zu jeder vollen Stunde, ein Portal erscheint. Und nach fünf Minuten kommt ein Trio an Bossen raus. Sind immer drei Stück. Und der letzte ist so ein Goblin. Wenn ihr den umhaut, könnt ihr den looten. Den könnt ihr so oft looten, wie ihr wollt am Tag. Anscheinend soll es wieder sowas sein, dass das erste Mal am Tag, wenn ihr den umhaut, eine höhere Chance hat. Kennt man jetzt mittlerweile von den Events schon. Aber ihr könnt ihn theoretisch jede Stunde töten. Beziehungsweise sogar noch öfter, weil es zum Teil noch rumbackt. Hier seht ihr übrigens diesen Tisch, wo ihr dann hinhocken könnt und dann diese Quest erledigen müsst. So viel dazu. Genau. Und dieser Boss, der kann einiges an Zeug droppen. Unter anderem kann der so eine Packung auch droppen, wo dann eine Hearthstone-Karte drin ist. Und ja, durch den könnt ihr dann die restlichen Farmen. Also acht kriegt ihr für die Startquests und dann könnt ihr immer bei den Bossen das holen. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass theoretisch jede Stunde ein Boss spawnt. Und zwar, es gibt drei Spots, wo er spawnen kann. Einmal hier in Baldracken. Dann der zweite Spawnpunkt ist in SW. Da weiß ich es. Es ist hier unten bei dem Hangar, war es glaube ich irgendwo. Hier meine ich. Und der letzte Spot ist in Ogrimmar. Das ist anscheinend immer auf einer Rotation. Heißt, ich glaube, Baldracken, SW, Ogrimmar oder ich weiß es nicht genau, die Konstellation. Aber auf jeden Fall wechselt es immer einmal durch. Ihr könnt mit dem Alichar auch nach OG oder mit dem Hordenschar auch nach SW. Werdet ihr halt PvP-gefleckt. Wenn ihr einen quasi Char der anderen Fraktion habt, ist es besser, den zu nehmen. Weil das sind alles Collectibles außer eine Tasche. Die wollt ihr vielleicht auf dem Main haben, aber da kommen wir gleich zu nochmal. Was gibt es noch von dem Boss? Ihr habt einige Sachen. Ich habe hier auch ein bisschen was schon im Momentar noch rumliegen. Wir können es aber, glaube ich, einfacher hier im All the Things uns angucken. Es gibt einmal einen Wappenrock, den ihr euch holen könnt. Dann gibt es einmal einen Gürtel. Unten seht ihr immer, wie das Ding aussieht. Und dann gibt es noch einen Hut. Das sind die drei T-Mock-Teile. Dann gibt es einen Toy. Das ist der Herdstein. Und der ist aktuell leider ein bisschen verbuggt. Seht ihr, als Toy, wenn man einsetzen will, funktioniert nicht. Ich vermute mal, es wird ein Ruhestein sein mit einem coolen Effekt, den halt Blizzard irgendwie ein bisschen verkackt hat und der jetzt aktuell nicht klappt. Dann haben wir hier diese Einladung. Gut, die droppen nicht vom Boss. Die haben wir aus dem Postkasten bekommen. Dann haben wir hier noch feuriger Pegasus drin. Den kriegt man da nicht her. Das werde ich gleich noch erklären. Wir haben aber trotzdem noch ein anderes Mount. Kompass. Und zwar hier. Kompassrose schimpft sich das. Dieses Mount kann auch bei dem Boss droppen. Also das ist dieses schicke Ding hier. Das ist quasi so eine Flugscheibe. Hat so das Harz-Zone-Symbol quasi drauf. Und was auch noch droppen kann, ist ein Pad. Und zwar Sarget schimpft sich das. Das ist diese Maus. Es gibt ja das schon als Mount. Das gab es auch mal durch irgendeinen Hearthstone, glaube ich, Event. Da gab es schon mal so einen Mount. Genau. Also das sind soweit die Belohnungen. Was wir jetzt hier noch drin haben, sind diese beiden Achievements, die ich euch schon gezeigt habe. Und für das eine Achievement, um diese zehn Dinger zu kriegen, gibt es dementsprechend noch ein Toy. Und zwar das, Hearthstone-Spieltisch. Genau. Aber das gucken wir uns dann mal im Extra-Toy-Guide an. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und das letzte Item, was es dann noch bei dem Boss gibt, ist hier diese Reisetasche des Sammlers. Und das ist eine 36-Platztasche. Und die ist genauso groß wie die, die man damals vom Diablo-Event gekriegt hat. Das Diablo-Event hat ja komplett genauso funktioniert. Da ist jede Stunde ein Boss gespawnt, wenn dann OG, SW oder in Waldracken. So, jetzt legen wir die mal an. Was habe ich denn? 32, 34, 34. Ah, okay, warte mal. Dann kann ich doch das jetzt so machen, dass ich nur noch 36 oder 34er Taschen habe. Das macht doch was her. Genau. Die Tasche könnt ihr euch theoretisch dann auf verschiedenen Charts farmen, wenn ihr die haben wollt. Eine Woche habt ihr ja Zeit. So, jetzt kann ich euch noch einen kleinen Trick verraten. Und zwar, aktuell ist es in SW verbuggt, das Event. Wenn ihr SW eingibt, seht ihr so einen Haufen Gruppen auf, obwohl jetzt gerade nicht eine gerade Uhrzeit ist. Und in SW spawnt er die ganze Zeit auf verschiedenen Servern, dieses Event. Dann könnt ihr euch einfach anmelden. Müsste halt sehr schnell sein. Ich habe vorhin gesehen, da waren dann über 800 Leute in einer Queue nach ein paar Sekunden. Also ihr müsst halt hier quasi immer wieder refreshen und bei einer neuen Gruppe instant reinqueuen. Sonst werdet ihr wahrscheinlich nicht reinkommen. Am besten es mit dem Alicha machen. Und ihr seht, wo der Typ spawnt, indem ihr so ein Portal auf der Map habt. Bloß nicht dieses grüne, sondern da ist dann halt hier ein gelbes Symbol. Oder wenn ihr es halt mit einem SW macht oder einem OG, habt ihr es halt dementsprechend an den Plätzen, dieses gelbe Symbol auf der Map. Also bei einem SW ist es, glaube ich, hier unten. Ich habe das dann jetzt zwei Stunden gespammt mit vier Accounts und dann hatte ich einen Loot. Also ihr könnt das wirklich durchspammen. Müsste halt schnell beim Einladen sein. Und jetzt das letzte Item will ich euch aber auch noch erklären, wie ihr das herkriegt. Und zwar Feuriger Pegasus. Das ist das einzige Item, was ihr quasi jetzt nicht über das Event erspielen könnt. Und zwar müsst ihr euch dafür in Hearthstones einloggen. Heißt, das ist einmal hier oben, ne? Einmal Hearthstones. Da könnt ihr euch dann einloggen und euch das Mount holen. Das Ding ist, einige Leute haben behauptet, dass sie es gekriegt haben, indem sie sich einfach nur eingeloggt haben, wieder ausgeloggt und selbiges in WoW ausloggen, wieder einloggen, dann handeln sie es bekommen. Bei mir hat das tatsächlich nicht funktioniert. Ich habe dieses Intro-Szenario einmal spielen müssen. Müsste mal gucken, wie es bei euch ist. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, wie das funktioniert, auch zu dem Mount, werde ich nochmal extra Mountguide machen. Und da werden wir uns dann hinhucken und dann zeige ich euch nochmal, was das mit dem Intro-Szenario auf sich hat. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, wenn das mit dem Ein- und Ausloggen quasi nicht klappen sollte. Genau, das waren jetzt soweit alle Belohnungen, die ihr kriegen könnt. Wie gesagt, könnt ihr alles, solange es jetzt in das Web bugt, durchspammen. Sollte der Bug, wenn ihr das Video seht, gefixt worden sein, dann könnt ihr halt nur einmal die Stunde das Ganze machen. Könnt ihr alles auf demselben Char erledigen, müsst ihr nicht die Chars durchswitchen. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr die ein oder anderen Sachen bekommt während dem Event. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir die gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao!